Ich habe mir nun mein Headset wieder vernünftig aufgesetzt. Ich habe mir nun mein Headset wieder vernünftig aufgesetzt. Ich habe mir nun mein Headset wieder vernünftig aufgesetzt. Ich habe mir nun mein Headset wieder vernünftig aufgesetzt. Ich habe mir nun mein Headset wieder vernünftig aufgesetzt. Ich habe mir nun mein Headset wieder vernünftig aufgesetzt. Oh. Check that off. We're going to Alpha. The D-Tether. Okay. What? The ship. We're going to Beta. Dodge. I'm going to give you the Puts on the next phase. At least at my rotation, they don't go out. It's quite hard for me. So, the D-Tether is now ready. You mean for the last phase? Yeah, exactly. Okay. But most of them are coming up earlier than I. The D-Tether is coming up first. The D-Tether. The D-Tether. Out of the Damage. Parry. Then after dodging. Wir gehen Richtung Eifer. Warte mal für den Knockback. Jetzt. Denkst jeder 2-3. Ja, die 3. Die 2-3. Die 3-3. 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 Die 4-3. Ja. CD-Tether. Pairing. Und ausweichen. Du bitte, Lady. Hab gewuckt, hab gewuckt, hab gewuckt. Bin schon weg. Freuen Sie dich bitte. Pairingang ist drinnen. Und jetzt geht's los. Oder ran an den Bus. Dodgen. Dodgen. Wollen wir stehen bleiben. Pods nochmal ziehen, falls möglich. LB bitte gleich erst ziehen. Wacht gleich. Anti-Knockback. So, und jetzt ab dafür. Komm schon. Und. Los. Geht doch, ey. Stirb, du Hundesohn. Ja genau, verreck. Weg. Lös dich auf. Du Feder. Goddammit. Wuhuuu. Wir haben beide genau jeweils 671 Tags gemacht. Also. Auf. Auf.